Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Abstimmungen, Wahlen, Initiativen, Referenten und Volksvorschläge – Einleitung In diesem Video erhalten Sie einen Überblick zum Thema Abstimmungen, Wahlen, Initiativen, Referenten und Volksvorschläge in der Stadt Bern. In der Schweiz leben wir in einer Demokratie. Das bedeutet, dass Bürger und Bürgerinnen in der Politik mitbestimmen dürfen. In unserem politischen System gibt es drei politische Einheiten. Die oberste Einheit ist der Bund, also die Schweizer Regierung. Danach kommen die Kantone, beispielsweise der Kanton Bern. Die kleinste Einheit bilden die Gemeinden. Die Stadt Bern zum Beispiel ist eine Gemeinde im Kanton Bern und auch bei uns können Sie politisch mitwirken. Es gibt verschiedene Formen, wie Sie in der Stadt Bern politisch mitreden können. Die häufigsten Formen sind Abstimmungen – Sie geben Ihre Stimme für oder gegen ein Thema ab – und Wahlen. Sie wählen Menschen, die Sie in der Politik vertreten. Es gibt in der Stadt Bern noch mehr Möglichkeiten, um sich als Bürgerinnen oder Bürger einzubringen. Initiativen – Sie möchten ein neues Thema aufbringen, über das alle abstimmen sollen. Referenten – Sie sind mit einem politischen Entscheid nicht einverstanden und möchten etwas dagegen tun. Volksvorschlag – Sie finden einen Beschluss des Parlaments nicht in Ordnung und möchten einen Gegenvorschlag unterbreiten. Stimm- und Wahlrecht – Schweizer Pass und über 18 Jahre alt. Abstimmen oder wählen dürfen die meisten Menschen, wenn sie über 18 Jahre alt sind und den Schweizer Pass besitzen, also Schweizer Bürgerin oder Bürger sind. Wenn diese beiden Vorgaben erfüllt sind, haben die meisten Menschen das sogenannte Stimmrecht oder auch Wahlrecht. Sie können dann auch Initiativen, Referenten und Volksvorschläge unterschreiben. Manchmal kann eine Beistandschaft diese Rechte einschränken. Falls Sie einen Beistand haben, fragen Sie nach. Ein Beistand ist eine Person, die wichtige Dinge für Sie erledigt, zum Beispiel wenn es um Ihr Geld oder Ihre Wohnung geht. Ein Umzug kann sich auch auf Ihr Stimm- und Wahlrecht auswirken. Um in der Stadt Bern abstimmen oder wählen zu können, müssen Sie seit mindestens drei Monaten hier leben. In den nachfolgenden Videos erhalten Sie mehr Informationen zum Thema Abstimmungen, Wahlen, Initiativen, Referenten und Volksvorschläge. Sie haben Fragen? Unser Stimmregister ist gerne für Sie da. Sie finden uns im Erlacher Hof an der Junkerngasse 47, erreichen uns unter 031 321 5071 oder per E-Mail stimmregisteratbern.ch. Sie finden diese Informationen in der Box Zuständige Stelle.